Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat offenbar seinen früheren Präsidenten Maaßen ins Visier genommen. Nach Angaben der Bild-Zeitung fragte die Behörde im Rahmen einer sogenannten Erkenntnisabfrage Daten beim Bundeskriminalamt an. Hintergrund sollen Ermittlungen in der Szene der sogenannten Reichsbürger sein. Maaßen sagte der Zeitung, er habe von der Abfrage gehört und sei empört. Er werde Auskunft darüber verlangen, welche Daten seine früheren Mitarbeiter über ihn speichern. Untertitelung des ZDF, 2020